Skifahren am Aachensee. Heute habe ich eine Empfehlung für einen ganz besonderen familiären Skiurlaub. Der wunderbare Ort Aachenkirch am gleichnamigen Aachensee in Tirol gelegen, ist sehr schnell erreichbar, vielleicht eine anderthalb Stunden von München nur entfernt, mautfrei zu erreichen. Bietet Wintersportvergnügen für jeden. Kinder fühlen sich dort wohl, Familien, aber auch Könner, Skifahrfreaks werden dort ihren Spaß haben. Der Ort liegt sehr schön idyllisch umgegen von Bergen, gibt sehr schöne Langlaufleupen auch im Ort. Das Skigebiet Hochalm-Lifte Christlum bietet Pisten aller Schwierigkeitsgrade, angefangen von blauen Pisten für die Anfänger, Skischule wird natürlich angeboten, bis zu vier schwarzen Pisten, wo auch die richtigen Könner sich austoben können. Ganz besonders gefallen hat mir an Aachenkirch auch diese Rodelbahn. Wir können einen Schlitten mitnehmen, hoch auf den Berg mit dem Sessellift und dann rasant ins Tal fahren mit dem Schlitten. Eine Hotelempfehlung habe ich natürlich auch. Ein absolutes Top-Hotel in Aachenkirch ist das Kronthaler. Liegt direkt an der Piste, hat ansonsten alles, was das Wintersportherz begehrt. Wellness-Center, Hallenbad, eine hervorragende Küche, was richtig Schönes zum Verwöhnen lassen. Also Aachenkirch im wunderschönen Tirol. Kronthaler, Hallenbad, Ein Bildung. Hi, Kronthaler, Hallenbad, ein Airbnb. Ging�önen oder Kronthaler, ein einziges Mal. Das Das war's an...